Jo Leute was geht? Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten, aller allerletzten Folge vom Level 1 Run. Beim letzten Mal habe ich ja Gideon und Godfrey gelegt. Das war ein unbeschreiblicher Kampf, der hat so viel Spaß gemacht. Ich war richtig traurig danach, dass er vorbei war. Komm her. Bam! Nein! Bitte stirb! Und heute gibt es dann wirklich die letzte Folge. Ich werde versuchen Radagon zu legen. Ich weiß nicht ob Eldenbeast möglich ist, ich werde es versuchen. Aber Ziel ist auf jeden Fall Radagon einmal zu legen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Highlights. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich eine Umfrage mache auf YouTube? Mit drei Bossen oder fünf Bossen, die ich als Level 1 Run noch probieren soll. Und sag nicht mal Jenia, das werde ich auf jeden Fall nicht in die Auswahl mit reinnehmen. Das war ein guter Try erstmal, ne? Das war ein guter Try. Also irgendwie drei oder fünf Bossen zur Auswahl und dann könnt ihr entscheiden, welchen Boss ich mit dem Level 1 Account hier noch machen soll. So als kleines Zusatz. Als kleines Extra. Mann! Mann! Ich kann da nicht so schnell wieder... Ich kann da nicht so schnell wieder... Mann! Ich bin doch gesprungen, Mann! Nein, den habe ich gesehen. Seine Kombi sind... Mann, hä, ich verstehe das mal schon nicht. Fuck, ey. Ich bin gesprungen, Mann. Ich bin gesprungen, Mann. Mann, ey. Es bricht mich. Zwei Full-Charged R2 nicht getroffen. Das ist ja maximal belastend hier, der Boss. Ich sehe einfach nicht, was er wann macht. Ich sehe es nicht. Dann ist das wieder der Doppel. Na klar dreht er sich. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich hasse mich. Ich hasse mich, Mann. Wieso drückt er sich so dran vorbei? In diese heilige Scheiße, Mann. Ich habe noch Müchter, Mann. Schnell, ich habe noch einen Spur K избne erhöht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020